Yo, servus Leute, hier ist euer CoTelio56. Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen, und zwar werde ich jetzt für knapp 2 oder 3 Wochen eine Pause einlegen, was das Gamen angeht, da ich jetzt privat eine Menge gezockt habe und mir jetzt einfach die Lust dazu fehlt. Und es stehen auch wichtigere Sachen an, mein zukünftiger Autoführerschein zum Beispiel, und jetzt fängt auch wieder bald die gute Schule wieder an für mich. Wenn es interessieren sollte, ich gehe in Zukunft auf eine Wirtschaftsschule. Yo, aber dass ihr nicht irgendwie denkt, ich mache jetzt überhaupt nichts mehr. Ich werde Musikvideos machen, also ganz normale Musikvideos, dass ich halt dennoch ab und zu mal was hochlade und man wieder mal was von mir hört. Und jetzt für diese 2, 3 Wochen, wo ich mich jetzt überhaupt nicht gemeldet habe, habe ich mir auch noch was überlegt, und zwar werde ich einen Top 20 meiner persönlichen Lieblingsspiele, die ich so besitze, werde ich halt so ein Special machen. Yo. Das war jetzt eigentlich der einzige Grund, wieso ich jetzt dieses Video gemacht habe, und zwar halt die Ankündigung, dass ich eine Pause einlegen werde. Und damit verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch, meine lieben Zuschauer, Abonnenten, auch Freunde eventuell, die das sehen sollten. Yo. Cotelio 56, over and out.